Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter hat für Garden Hotels oberste Priorität und daher haben wir einen Richtlinienkatalog zum Thema Sicherheitsbewusstsein bei Garden Hotels erstellt. Auf dessen Grundlage wir in allen Bereichen umfangreiche Hygienemaßnahmen zum Gesundheitsschutz umsetzen, damit sie ihren vollverdienten Urlaub mit einem sicheren Gefühl in unseren Hotels verbringen können. Um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, werden bei Arbeitsantritt im Hotel die Körpertemperatur gemessen sowie Hände und Schuhe desinfiziert. Außerdem sind wir unseren Mitarbeitern ihrem Arbeitsplatz entsprechendes individuelles Schutzmaterial zur Verfügung. Zur korrekten Handhabung gibt es Schulungen. Bei der Ankunft im Hotel wird unseren Gästen mithilfe von Bodenmarkierungen die Einhaltung des Sicherheitsabstandes zu anderen Gästen erleichtert. Gäste haben nun die Möglichkeit eine App auf ihr Handy zu laden und mit dieser online einzutecken und den digitalen Zimmerschlüssel zu nützen. Für die absolute Sicherheit unserer Gäste legen wir nun noch mehr Wert auf Sauberkeit und haben bestehende Reinigungsrichtlinien hinsichtlich der aktuellen Situation erweitert, um Kreuzkontaminierungen zwischen den Zimmern zu verhindern und die korrekte Desinfektion sicherzustellen. Der Zeitplan für die tägliche Reinigung aller Zimmer wird erweitert und bei der Endreinigung nach Abreise der Gäste kommen verstärkt virussierte Produkte zum Einsatz. Wir garantieren unseren Gästen Erholung und Entspannung in sicherer Umgebung, indem wir den strengen Desinfektionsrichtlinien für die Reinigung der Zimmer ebenso auf das Mobiliar der Außenbereiche anwenden. In den Bars und Restaurants der Hotels stellen wir unseren Gästen die Menü- und Getränkekarten auf QR-Code zur Verfügung. Und sie können weiterhin mit einem sicheren Gefühl unser gastronomisches Angebot genießen, denn wir regulieren die Gästezahl in unseren Restaurants durch die Einrichtung von Essenzeiten, festen Abläufen und Zeitplänen und richten Sicherheitsabstände zwischen den Tischen ein. Unsere Reinigungsrichtlinien für Küche und Restaurant wurden erweitert und sehen jetzt nach jeder Nutzung eine komplette Desinfektion des Speiseraumes, der Buffets und Show-Cooking-Stationen vor. Der Richtlinienkatalog unseres Projekts Sicherheitsbewusstsein bei Garden Hotels vermittelt unseren Gästen und Angestellten zu jeder Zeit das Vertrauen, den ersehnten Urlaub in sicherer Umgebung verbringen zu können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!